Das waren Fotos unter dem Motto von Cam zu Cam, von Kameramann zu Kameramann. Anlässlich des Christkindlesmarktes der Eröffnung 010 zu Nürnberg am 26.11. 010. Na dann, Merry Christmas. Und beste Grüße an Herrn Lehneis. Fahrt fleißig mit der Ostkutsche. Denn der ist noch ein richtiger Bauer und Mensch. Denn es gibt ihn auch nach dem Christkindlesmark in Wetzendorf. All the best in Ghana, Comfort TV. Und Helix mit was wohl? Mit dem Filmwerk, mit dem ich im März bei Mr. President Obama bin. Okay, all the best.